Den fünften Tag beginnen wir in Stralsund. Seit 2002 gehört Stralsund Altstadt zum UNESCO Weltkulturerbe. Alleine 500 denkmalgeschützte Häuser stehen hier in der Altstadt. Wunderschön ist das Ensemble am Alten Markt mit der Nikolai-Kirche und dem Stralsunder Rathaus. Die Nikolai-Kirche ist die größte der Stralsunder Kirche. Das Rathaus gilt als eines der bedeutendsten Gebäude im Ostsee-Augusten. Im Innenhof gibt es eine hölzerne Galerie auf 14 Säulen errichtet. Die Rathaus ist in der Nähe von Ostsee-Augusten. Meist aufwendig sanierte Bürgerhäuser bilden das Bild der Altstadt. Lohnenswert ist ein Besuch im Hafen von Stralsund. Hier liegt übrigens das nicht mehr seetüchtige Segelschulschiff Gorch Fock vor. Es wurde 1933 gebaut. Dann heißt es Abschied nehmen von Stralsund. Für mich geht es weiter nach Wismar. Hier wohne ich im Hotel Alter Speicher. Direkt in der Altstadt. Das war dann auch schon der fünfte Tag. Morgen geht es weiter mit einem Besuch in Rostock. Und wir sehen uns im beneim. Köln-Wösen. Untertitelung ist deinem